In ihrem allerersten Bericht zur China-Politik-Strategie sagt die Schweiz, sie wolle eine größere Kohärenz mit dem kommunistischen China schaffen. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass es, Zitat, deutliche Werteunterschiede zwischen den beiden Ländern gibt. Die Menschenrechtsverletzungen im kommunistischen China werden auch betont. Pekings Botschaft in der Schweiz prangerte den Bericht daraufhin an. Doch chinesische Medien reagieren anders. Am vergangenen Freitag stellte der Schweizer Außenminister Ignacio Cassis die China-Politik des Landes für die Jahre 2021 bis 2024 vor. Er sagt, der Menschenrechtsdialog und die Handelsinteressen seien die beiden wichtigsten Themen. Menschenrechtsdialog und gleichzeitig drittwichtiger Handelspartner der Schweiz. Diese beiden Stichworte prägen das Verhältnis der Schweiz zu China seit langem. Der Menschenrechtsdialog zwischen der Schweiz und dem kommunistischen China wurde im Jahr 2018 ausgesetzt. Nun ist die Schweiz bereit, den Dialog fortzusetzen. Der Außenminister sagt, Zitat, ein schwieriger Dialog ist besser als kein Dialog. Er weist daraufhin, dass Pekings Bereitschaft zum Dialog gesunken ist, während sich die Menschenrechtslage in China verschlechtert hat. Ein weiterer wichtiger Bereich in dem Strategiebericht ist die Wirtschaft. Er umfasst die Förderung von Handel, Investitionen, Export und Tourismus. Dieser Ansatz spiegelt das hochrangige Treffen zwischen der Schweiz und China Anfang diesen Monats wieder. Der Schweizer Finanzminister Uli Maurer und der für Wirtschaft zuständige Vizepremier des chinesischen Regimes Liu He trafen sich und vereinbarten, die bilateralen Beziehungen im Börsenhandel, in der Vermögensverwaltung und in anderen Bereichen zu vertiefen. Die Zentralbanken beider Länder arbeiten auch an Projekten für digitale Währung zusammen. Der chinesische Botschafter in der Schweiz reagiert auf die neue China-Politik mit der Behauptung, China habe dem Schutz der Menschenrechte immer große Bedeutung beigemessen. Er kritisiert, dass die Schweiz, Zitat, ein falsches Signal an die Außenwelt sendet. Doch einige chinesische Medien interpretieren die Strategie der Schweiz als etwas Positives. China Business News schrieb in einem Artikel, das, Zitat, die Schweiz, China in der Außenpolitik priorisiert. Der Artikel lässt den Teil über unterschiedliche Werte weg, fügt aber ein Interview mit dem stellvertretenden Vorsitzenden eines chinesischen Wirtschaftsverbandes in der Schweiz hinzu. Der Vizepräsident lobt das Freihandelsabkommen Schweiz-China als sehr gut für China.